Das Ungeheuer schaute auf die Uhr. Das LED-Display erstrahlte mit einem Summton und beleuchtete das Innere des sargähnlichen Kastens mit gespenstisch grünem Schimmer. Ja, der Kasten erinnerte tatsächlich an einen Sarg, aber das Monster fürchtete sich nicht. Es empfand keine Klaustrophobie. Es hatte nicht den Eindruck, dass die Wände sich aufeinander zubewegten, um es zu zerquetschen. Doch kam es ihm so vor, als sollte es sich fürchten. Es spürte, dass es früher in einem solch beengten Raum schreckliche Angst gehabt hätte. Das Monster erinnerte sich an das Gesicht eines alten Mannes, der in einem ähnlichen Kasten gelegen hatte. Als es den alten Mann betrachtet hatte, hatte es Tränen in den Augen gehabt, ohne zu wissen, warum. Seine Mutter war auch da gewesen. Sie hatte geschluchzt und war von einer älteren Frau getröstet worden. Moment mal. Es hatte eine Mutter gehabt? Familie? Freunde? Es war einmal lebendig gewesen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die Erinnerung verblasste so schnell, wie sie gekommen war. Aber der Gedanke blieb. Ich hatte eine Mutter. Dem Monster wurde bewusst, dass es eine Familie gehabt hatte, Freunde, Bekannte. Es war einmal lebendig gewesen. Ein Mensch. Oder doch nicht. Sicher konnte es sich nicht sein. Und selbst wenn irgendwann ein Mensch mit einer Seele in dieser Hülle gewohnt haben sollte, er war längst verschwunden. Die Hülle war leer. Das Monster war nur ein Ding, geschaffen, um Befehle auszuführen oder Schmerzen zu erdulden, wenn es den Gehorsam verweigerte. Des Meisters Worte kamen ihm wieder in den Sinn. Des Meisters Anweisungen. Was, wenn der Meister sein Zögern bemerkt hatte? Der Meister sah alles, wusste alles. Konnte es für die Erinnerung bestraft werden? Würde es Schmerzer leiden müssen, weil es seine Existenz angezweifelt hatte? Das Ungeheuer war sich nicht sicher. Aber wenn es seine Aufgabe nicht erfüllte, waren Schmerzen unausweichlich. Schlimme Schmerzen. Bei dem Gedanken an die drohenden Qualen schob das Monster sich vorsichtig aus dem Sarg. Der Deckel der Kiste war in den Boden eingelassen und mit Erde bedeckt, damit er von außen nicht gesehen werden konnte. Das Monster drückte den Deckel hoch und legte ihn behutsam auf die Seite, wie der Meister es befohlen hatte für den Fall, dass es in sein Versteck zurückkehren musste, wie eine Küchenschabe in Ritzen und Schatten floh, sobald ein Licht aufflammte. Das Monster schob sich in die Dunkelheit des Kriechkellers, hielt inne, lauschte. Es hörte Schritte im Zimmer in der Etage über sich, doch im Untergeschoss war es still. Es kroch zur Zugangsklappe und drückte sie gerade weit genug auf, dass es in den Keller blicken konnte. Das Licht war aus, das Monster hörte das Summen der Heizung und sah das flackernde Kontrolllämpchen am Heißwasserboiler. Sonst nichts. Vorsichtig schob es die Klappe ganz auf und ließ sich auf den Betonboden sinken. Die Anweisungen des Meisters umrissen jeden Schritt klar und deutlich und ließen keinen Raum für Auslegungen. Das Monster zählte bis dreißig, ehe es sich weiter bewegte. Dabei lauschte es auf Anzeichen, dass es entdeckt worden war. Das Knarren und Ächzen im Stockwerk über ihm hielt an, doch der Keller war leer. Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Das Monster überprüfte das Magazin der Maschinenpistole, schraubte einen langen Schalldämpfer auf die Laufmündung und aktivierte das grüne Fadenkreuz des Zielfernrohrs. Dann ging es zur Treppe, um den nächsten Schritt seines Auftrags auszuführen. Eine Kugel auf ein Ziel abfeuern. Und dieses Ziel wartete geduldig oben im Haus. Mit gemessenen Bewegungen stieg das Monster die Treppe hinauf und drückte sich an die Seitenwand, darauf bedacht, kein Geräusch zu machen. Den Grundriss des Hauses hatte es sich eingeprägt. Der Meister hatte ihm erklärt, die Polizei werde sich auf das Zimmer konzentrieren, in dem die Dunham-Frau gestorben war, daher würden sich dort die meisten Ziele finden. Außerdem hatte der Meister gesagt, das Ungeheuer solle den Zeitpunkt seines Angriffs gut wählen. Versuchen, isolierte Ziele einzeln auszuschalten und darauf zu achten, dass niemand seine Anwesenheit bemerkte, ehe es sich nicht mehr vermeiden ließ. Wie ein Löwe, der Gazellen beschleicht. Die Exemplare auswählen, die sich von der Sicherheit der Herde entfernen. Die Tür am oberen Ende der Treppe führte in einen Wirtschaftsraum. Das Deckenlicht war aus, doch im Streulicht, das aus der Küche fiel, waren eine Waschmaschine und ein Trockner zu sehen. Das Monster trat in den dunklen Raum, bezog Position neben der nächsten Tür und lauschte, geduldig wie immer. Es gab keinen Grund zur Eile oder gar zur Nervosität. Kugeln wurden nicht nervös. Unbelebte Gegenstände sorgten sich nicht über den Tod. Sie hatten kein Leben zu verlieren. Jemand hantierte in der Küche. Das Ungeheuer hörte wie Schuhe über das Linoleum scharten. Es ging die Checkliste des Meisters durch und gelangte zu dem Schluss, dass die Zeit für Geduld verstrichen sei. Jetzt galt es, zum Angriff überzugehen. Das Monster sprang in die Küche, zielte auf den Kopf der Gestalt, die darin stand, und drückte ab. Das Ziel fiel auf die Küchentheke und rutschte von dort auf den Boden. Es trug einen merkwürdigen weißen Overall aus Plastik und eine Maske bedeckte sein Gesicht. Doch das Monster war auf diesen Anblick vorbereitet. Der Meister hatte erklärt, die Kriminaltechniker würden Tywag-Overalls tragen, die verhindern sollten, dass sein Tatort kontaminiert wurde. Zugleich schränkten die Overalls die Bewegungen ein und machten die Techniker zu leichten Opfern. Doch solche Dinge waren dem Monster egal. Es tat, was ihm gesagt wurde, und fertig. Ob einfach oder schwierig, spielte keine Rolle. Aus dem Esszimmer hörte es noch mehr Bewegung, weitere Ziele. Sein erstes Zuschlagen hatte die anderen nicht alarmiert, sehr gut. Es wusste, dass der Meister zuschaute und zufrieden war. Die anderen würden ihm mühelos zum Opfer fallen. Doch zuvor hatte es andere Anweisungen zu befolgen. Das Monster zerrte die Leiche in den Wirtschaftsraum und zog ihr den weißen Overall aus. Caleb hatte sich gerade die vierte Zigarette angesteckt, als einer der Streifenpolizisten von der Absperrung zu ihm gerannt kam. Der Mann hielt ein Mobiltelefon in der ausgestreckten Hand. Detective, Sie haben einen wichtigen Anruf. Caleb nahm das Handy. Duran, meldete er sich. Caleb, hier ist Andrew Garrison. Wir sind in ein paar Minuten an Ihrer Position, aber wir haben Grund zu der Annahme, dass der Killer noch am Tatort ist. Caleb verdrehte die Augen. Glauben Sie mir, wir haben das Haus mehrmals vom Keller bis zum Dachboden durchsucht. Da ist niemand. Der Kriechkeller, Duran. Der Killer hat ein eigens angefertigtes Versteck im Kriechkeller. Ah, den haben wir untersucht. Das Versteck ist unterirdisch. Holen Sie jeden aus dem verdammten Haus und errichten Sie einen Kordon. Okay, okay, ich kümmere mich darum. Caleb drückte das Gespräch weg, legte das Handy beiseite und nahm einen langen Zug an seiner Zigarette. Dann glitt er von der Motorhaube und ging zum Haus. Er würde tun, was man ihm sagte, und den Kriechkeller noch einmal untersuchen. Aber er rechnete nicht damit, etwas zu finden. Deshalb hatte er es nicht eilig. Doch alles änderte sich in dem Moment, als einer der CSI-Leute in einem weißen TIEWACK-Overall zur Vordertür herausgerannt kam. Seine Maske und die Schutzbrille verdeckten sein Gesicht und dämpften seinen schrillen Ausruf. Da ist wer im Haus. Jemand hat uns angegriffen.